Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei RetroNFuture, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Wie ihr hört, meine Stimme ist wieder etwas besser, noch nicht ganz hundertprozentig, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Heute möchte ich mal wieder ein Video machen über meine PV-Anlage und über die Amortisationszeit der PV-Anlage und hier möchte ich mit euch zusammen mal ein Gedankenspiel durchführen, was denn wäre, wenn ich, wovon ich ausgehe, meinen Eigenverbrauchsstart erhöhen werde, was würde das dann bedeuten für die Amortisationszeit und vor allem auch für die Erträge, die meine PV-Anlage dann pro Jahr abwirft und eben auch im Gesamten. Also sprich, was würde passieren, wenn ich meine Einspeisung runterfahre und eben mehr von dem Strom direkt verbrauche. Nur ganz kurz vorab, ich habe ja seit ca. 1,5 Monaten jetzt die Möglichkeit, PV-Überschuss zu laden. In meinem Winter war es natürlich noch nicht so viel mit PV-Überschuss laden, aber das kommt natürlich jetzt in den nächsten Monaten. Und man hat auch schon in den Werten gesehen von dem Februar, es ging wirklich steil nach oben, was die Erträge angeht. Und in diesem Video heute möchte ich mal berechnen, was denn aus meiner Amortisationszeit werden würde, die ja momentan bei 9,63 Jahren liegt. Was würde mit der passieren, wenn ich zwei Drittel des Stroms, den ich normalerweise einspeise, selber verwende? Ich denke, das ist nicht unrealistisch, weil in der Vergangenheit, kann man sehen, habe ich schon relativ viel eingespeist. Das waren im Endeffekt 37 Prozent von dem, was ich erzeugt habe. Und das lag eben halt auch daran, weil ich meine Elektroautos, ich habe einen Plug-In-Übriten mit so ein bisschen Outlander und ich habe einen Tesla Model 3 Performance, die konnte ich im Endeffekt nur über Schuko laden. Und das heißt, an Tagen, wo dann relativ viel vom Dach kam, konnte ich natürlich nicht alles abgreifen. Und ein großer Teil ist dann immer ins Netz gegangen. Und ich konnte im Endeffekt ja nur mit 2,3 kW laden. Und dann bei einer 10 kWp-Anlage geht natürlich einiges ins Netz. Als ich damals die PV-Anlage bekommen habe, da hatte ich nur den Outlander und dann eben erst später kam auch das Tesla Model 3 dazu. Und wie gesagt, jetzt seit zwei Monaten habe ich die Möglichkeit, PV-Überschuss zu laden. Ich habe mir Wallboxen geholt von der Firma Smartfox. Ich habe dazu auch Videos gemacht schon. Ich verlinke immer hier das Video, wo ich euch zeige, wie das mit dem PV-Überschussladen dann so abläuft über den ganzen Tag hinweg. Wie gesagt, und jetzt möchte ich mit euch berechnen, was passiert, wenn ich zwei Drittel des Stroms, den ich normalerweise einspeise, in meine Autos packe. Was würde das bedeuten für die Amortisationszeit? Und eben, was würde das bedeuten für die Träge, die ich pro Jahr einfahre? Und wie gesagt, eben auch insgesamt. So, was ihr hier sehen könnt, das kennt ihr ja mittlerweile schon. Mein Excel-Sheet, wo ich meine PV-Anlage tracke. Für die das nicht wissen, das Excel-Sheet steht für jeden zur Verfügung. Ich habe auch ein Video gemacht, wo ich erkläre, wie das funktioniert. Ich verlinke euch das mal hier. Könnt ihr euch anschauen, wie ihr die Daten eintragen müsst, was ihr eventuell anpassen müsst. Und unter dem Video findet ihr auch den Link zum Download von dem Pfeil. So, aber jetzt fangen wir mal an. Und zwar, was ihr hier sehen könnt, ist ja mein ganz normales Excel-Sheet. Und im Endeffekt, ich habe hier keine Änderungen dran gemacht. Man kann sehen, ich habe die PV-Anlage jetzt seit 2020. Das war nur ein halbes Jahr. Dann hat man hier im Endeffekt zwei komplette Jahre. Und dann 2023 hatte gerade erst begonnen. Und da kann man sehen, dass ich im Endeffekt über diese ganzen, ja, 2,6 Jahre kann man eigentlich sagen, 5941 Euro eingespart habe. Man kann es hier rechts unten auch nochmal sehen. Und man kann eben auch schön aufgeschlüsselt sehen, was davon habe ich durch Direktverbrauch eingespart. Also sprich, was kam vom Dach und habe ich direkt verbraucht? Das rechnen wir natürlich gegen die 30 Cent. Und auch was habe ich entladen? Das rechnen wir auch gegen die 30 Cent. Und die Einspeisvergütung sind ja diese 9,17 Cent, die ich für die Einspeisung bekomme. Wichtige Info vorweg, an dem ganzen Beispiel, was wir jetzt hier durchführen, habe ich an dem Entladen und Aufladen nichts verändert. Das heißt, die Nutzung des Akkus wird weiter so sein. Ich habe nur Änderungen gemacht, eben an dem, was wir einspeisen und an dem, was wir direkt verbrauchen. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir in die Kopie von meinem Excel-Sheet rein, wo ich die Änderungen schon gemacht habe. Dann erkläre ich euch kurz, was genau ich gemacht habe. Und dann schauen wir uns mal den Unterschied an zwischen dem Szenario, das ich momentan habe, also bis sozusagen bis heute, wo ich fast keinen PV-Überschuss laden konnte. Im Endeffekt nur Januar und Februar. Also sprich, ein Szenario, wo man zwar ein Elektroauto hat, aber nur über Schuko laden kann. Und vieles von dem Strom geht ins Netz. Und das vergleichen wir dann eben mit einem Szenario, wo man Elektroautos hat und wo man eben auch PV-Überschuss laden kann. Natürlich wichtig, jemand, der jeden Tag auf Arbeit ist, kann natürlich sein Elektroauto zu Hause nicht laden. Das heißt, es muss natürlich schon gegeben sein, dass ihr zum Beispiel viel im Homeoffice arbeitet oder so. Oder ihr habt das ja im Endeffekt die Möglichkeit habt, das Auto auch zu laden, tagsüber, wenn die Sonne da ist. So, also jetzt hole ich mal wieder das andere Sheet rüber. So, und hier sind wir. Ich gehe jetzt mal einfach in das erste Jahr rein, weil ich musste die Änderungen immer in den Jahren machen. Und wenn ich eben die Änderungen direkt hier im Gesamtfall mache, dann hat das keine Auswirkung rechts auf die Erträge. So, soll ich sagen, jetzt gehen wir mal auf das Jahr 2020. Das sieht jetzt ein bisschen durcheinander aus, aber ich möchte euch nur ganz kurz erklären, was ich gemacht habe. Und das habe ich im Endeffekt in allen vier Jahresblättern so gemacht. Also ich habe im Endeffekt hier einfach rauskopiert, was ich habe, habe dann von dem, was ich einspeise, hier unten zwei Drittel berechnet und habe dann im Endeffekt diese zwei Drittel dem Direktverbrauch hinzugefügt. Hier oben auch, weil das ist wichtig für die Berechnung. Das heißt, wir haben natürlich mehr Verbrauch gehabt und wir haben halt mehr Direktverbrauch gehabt und ich habe beim Einspeisen natürlich diese zwei Drittel dann abgezogen. Also das bedeutet, wenn wir uns hier mal ganz kurz nebeneinander packen, rechts ist das Originalfall. Das heißt, wenn wir uns mal den Juli anschauen, man kann sehen, der Gesamterzeugung ist natürlich die gleiche, aber man kann sehen, wir speisen nur noch 200 Kilowattstunden ein im Vergleich hier zu 600 und die packen im Endeffekt in unsere Autos rein. Man kann sehen, der Direktverbrauch ging um 400 hoch und die Einspeisung ging um 400 nach unten. Also im Endeffekt eine Verlagerung von Einspeisung in Direktverbrauch. Und ich mache es nochmal groß. Und das habe ich dann also in jedem Tabellenblatt so gemacht. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach mal so ein bisschen durch und schauen wir uns dann mal so die Unterschiede an, was das denn dann ausmacht. Und jetzt gehen wir einfach mal die einzelnen Jahre durch. Also ich gehe immer so ein bisschen nach rechts hier, weil hier sind ja die wichtigen Daten mit den Erträgen. Und wenn wir uns mal 2020 anschauen, das war ja nur ein halbes Jahr, da kann man dann schon sehen, dass beim Direktverbrauch natürlich ein starker Sprung nach oben ist, von 465 auf 934. Entladen bleibt gleich und bei der Einspeisvergütung kann man sehen, haben wir im Endeffekt nur noch 78 Euro. Aber das sieht man dann eben auch schon, ja, worauf ich hinaus will oder was im Endeffekt, ja, das Gute ist bei Direktverbrauch. Man verliert hier zwar, was sind das, 150 Euro circa, aber wenn man dann das hier anschaut, da hat man dann im Endeffekt, ja, eine Verdoppelung, kann man sagen, 450 Euro, sogar ein bisschen mehr Ertrag durch den Direktverbrauch. Und da kann man sehen, was man im Jahr dann einfahren würden. Da wären es dann 1312 Euro Ersparnis. Und in dem Szenario, das ich damals hatte, eben nur mit dem Plug-in-Hybrid und kein Tesla und nur Schokoladen, waren es halt 992 Euro. Und wenn wir uns dann anschauen, was wir eingespielt haben in dem Jahr im Verhältnis zum Gesamtinvestition, die ja 22.000 Euro war, dann wären das hier 5,97, ja, in der optimierten Variante mit mehr Direktverbrauch. Und hier hätten wir 4,51. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rüber gehen, können wir dann auch sehen, was berechnet er denn noch als weitere Jahre, dann kann man sehen, da wären das hier 21,17, weil das ist natürlich nur ein halbes Jahr, deswegen ist die Zahl ein bisschen hoch. Und hier wären es 15,76, also schon ein Unterschied. Und jetzt gehen wir mal ins nächste Jahr, ins erste volle Jahr, 2021. Und wenn wir dann wieder nach rechts gehen, wo wir die Erträge haben, dann können wir sehen, rechts in dem, wie es war, kann man sehen, wir hatten 2.131 Euro erwirtschaftet. Es waren also knapp 10% von der Gesamtinvestition von den 22.000 Euro. Und hätten wir mehr Direktverbrauch gehabt, also zwei Drittel von dem, was wir eingespeist hätten, hätten wir direkt verbraucht. Dann hätten wir hier eine Ersparnis von 2.668 Euro im Vergleich zu 2.131 und das sind dann 12% der Gesamtinvestition. Und wenn man dann eben die weiteren Jahre anschaut, also in den Tabellenblättern hier für die einzelnen Jahre, berechnet immer, wie viele weitere Jahre wir noch bräuchten, bis wir im Endeffekt dann diese offene Investitionssumme weg hätten. Wenn die Jahre immer so wären wie das aktuelle Jahr, dann kann man sehen, da wären wir hier bei 6,75 und in dem wirklichen Szenario waren wir bei 8,86. Gehen wir dann aufs nächste Tabellenblatt in das Rekordjahr 2022 und gucken wir es uns da mal an. Da können wir dann auf der rechten Seite wieder sehen, hier, das waren 11,58% von der Gesamtinvestition. Wir haben 2.548 Euro eingespart und man kann hier dann auch wieder sehen, wie es aufgeteilt ist. 1.530 Euro durch Direktverbrauch und 358 durch das Einspeisen, also die Einspeisvergütung. Und wenn wir jetzt mal angucken, wie das eine optimierte Variante wäre, wo wir dann zwei Drittel des Stroms, den wir einspeisen würden, lieber selber verbrauchen, dann kann man sehen, da hat man hier eine 3 vorne stehen, Leute. 3.090 Euro Ersparnis, die wir hätten pro Jahr, wenn wir unseren Direktverbrauch so hochgeschraubt kriegen. Und da kann man im Endeffekt schon sehen, 2.311 Euro nur durch Direktverbrauch. Und man darf nicht vergessen, das Ganze immer bei einem Strompreis von 30 Cent. Ich hoffe nicht, dass die Strompreise steigen werden. Es sieht ja momentan wieder gut aus. Ich muss auch wieder ein Video machen zu der Entwicklung der Strompreise, weil die Preise sind wirklich wieder, zumindest das, was ich vor kurzem gesehen habe, da angekommen, wo wir eigentlich vor dem Krieg waren, die Strompreise. Und das ist natürlich eine super Entwicklung. Nichtsdestotrotz gehen natürlich die Preise über die nächsten Jahre auf jeden Fall leicht nach oben, allein schon wegen Inflation und Co. Und deswegen wird dann das sogar noch eher mehr werden, diese Einsparungen, wenn der Strompreis hier noch steigt, was ich natürlich nicht hoffe. Ich hoffe, ich habe lange noch einen Stromtarif mit 30 Cent. Das bedeutet, ob wir uns die Jahre wieder anschauen, die weiteren Jahre, dann wären das, wenn wir solche Knallerjahre weiter hätten, also wir sind jetzt hier im Endeffekt im, das ist ein Halbstjahr gewesen, ein Jahr, also kann man sagen im dritten Jahr oder im zweieinhalbten Jahr sozusagen. Und ich hätte weiterhin immer solche starken Jahre und ich würde eben meinen Direktverbrauch anheben können, dann wären das gerade auch 4,83 Jahre von jetzt an oder von Ende 2022, bis sich die Befeuernlage dann komplett amortisiert hat, weil wir waren ja hier nur noch bei 14.928, also in dem Gedankenspiel, wo der Direktverbrauch höher war. Jetzt gehen wir 2023 noch, aber ich denke, da brauchen wir nicht so drauf schauen, weil das waren bisher nur zwei Monate. Da habe ich jetzt auch nichts mehr geändert, denn hier hatte ich ja schon meine PV-Überschusslademöglichkeit und deswegen kann man sehen, wurde auch nicht mehr wirklich viel eingespeist. Deswegen hier habe ich nichts geändert. Und jetzt Trommelwirbel, jetzt gehen wir natürlich auf das Gesamtsheet und im Gesamtsheet hat es alles übernommen, was wir in den Jahressheets abgeändert haben und jetzt wird es natürlich interessant. Vielleicht können wir uns erstmal ganz kurz den Kuchenchart unten anschauen, der ist natürlich schon super interessant. Da kann man sehen, rechts wie es wirklich ist, links wie es hätte sein können, wenn ich eine PV-Überschusslademöglichkeit hätte und viel von meinem Strom selber gebraucht hätte. Oder natürlich auch, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel eine Wärmepumpe hätte oder eine Klimaanlage und eben auch dadurch einen höheren Verbrauch, einen höheren Direktverbrauch gehabt hätte. Und da kann man dann sehen, wir hätten im Endeffekt noch 13% eingespeist. Wenn ich das wirklich erreichen würde, wäre natürlich super. Und vor allem dieser große lila Pac-Man, der gefällt mir natürlich sehr gut, weil im Endeffekt der Direktverbrauch hier von 64% und das wäre natürlich super. Ohne die PV-Überschussmöglichkeit kann man sehen, habe ich immerhin schon 40% verbraucht, aber wir haben halt 37% eingespeist und das ist natürlich schon echt viel. Ob wir das Szenario wirklich erreichen, dass ich zwei Drittel von dem, was ich einspeise, auch noch jetzt direkt verbrauchen kann durch meine PV-Überschusslademöglichkeit, das wird glaube ich sportlich. Nichtsdestotrotz, am Ende von dem Jahr werden wir dann mal sehen, wo wir 2023 gelandet sind, was den Direktverbrauch angeht und das Einspeisen. Und dann können wir auf jeden Fall weitersehen. Dann können wir auch mal gucken, ob das, was ich hier berechnet habe, realistisch ist oder ob es vielleicht doch etwas zu hoch gegriffen ist. Mich würde es mal interessieren, was habt ihr denn so für einen Direktverbrauch und wie viel Prozent speist ihr ein? Packt es mal in die Kommentare rein, wäre echt interessant zu sehen, wie das bei euch so aussieht und vielleicht auch so eine kleine Info, wie groß eure PV-Anlage ist und ob ihr auch ein Elektroauto habt oder ob ihr große Stromverbraucher habt, die dann, sage ich mal, auch zu einem großen Direktverbrauch führen. So, jetzt gehen wir mal nach rechts und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an. Und jetzt können wir im Endeffekt sehen, hätte ich zwei Drittel von dem, was ich eingespeist habe, direkt verbraucht, dann hätte ich bis jetzt schon 7.340 Euro mit meiner PV-Anlage eingespart und das sind ja wie gesagt gerade mal 2,6 Jahre. Im echten Szenario, wo ich keine Möglichkeit hatte, PV-Überschuss in die Autos zu packen und wo eben viel noch ins Netz ging, waren es immerhin doch auch 5.941 und bei der Gesamtinvestition sprechen wir dann hiervon in dem Gedankenspiel von 33,37% und reell immer noch 720,01%. Das heißt, man kann hier ganz gut sehen, wenn man wirklich das Maximum aus einer PV-Anlage rausholen will, muss man natürlich schauen, dass man einen relativ hohen Direktverbrauch hat und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum sich zumindest aus meiner Sicht meine PV-Anlage sich wirklich in einer relativ kurzen Zeit rechnet. Momentan wären es insgesamt 9,63 Jahre. Wenn wir die Vergangenheit so auf die Zukunft projizieren, dann hätten wir die PV-Anlage wieder drin und in meinem Szenario mit dem höheren Direktverbrauch wären es sogar nur 7,79 Jahre. Und nicht vergessen, ich habe 22.000 Euro für die PV-Anlage bezahlt. Ich habe einen Speicher mit dabei, den ich hier separat tracke mit 6.800 Euro, aber der ist in dem Preis hier schon mit drin. Also kann man sehen, auch eine PV-Anlage mit Speicher kann sich rechnen. Natürlich würde sie sich schneller rechnen ohne den Speicher. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, dass ich ihn habe. Aber jetzt kommen wir zurück zum Gedankenspiel. Man kann also sehen, was für eine Auswirkung das hat, wenn man den Direktverbrauch steigern kann. Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil 5.940 Euro in 2,6 Jahren oder 7.340 Euro Einsparung in 2,6 Jahren ist ein großer Unterschied. Und vor allem eben auch bei der Amortisationszeit kann man sehen, macht man einen guten Schritt nach vorne. So, und das bedeutet, jetzt müssen wir schauen, wie läuft es in 2023 mit meinem PV-Überschussladen. Kann ich wirklich so viel von meinem Strom selber benutzen? Wäre natürlich super. Und dann wird man im Endeffekt auch sehen, was das dann für meine Ersparnis in 2023 bedeutet. Ich denke, wenn das Jahr wieder einigermaßen gut wird, werde ich auf jeden Fall die Erträge der Vorjahre toppen. So, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, das Gedankenspiel war interessant für euch. Und wie gesagt, denkt dran, das Excel-Shade könnt ihr euch auch selber runterladen und eure PV-Anlage tracken. Und dann habt ihr auch diese ganzen Kennzahlen. Und dann könnt ihr im Endeffekt auch solche Gedankenspiele für euch selber machen, weil ihr die ganzen Kennzahlen habt. Und ihr könnt einfach ein bisschen die Werte hin und her schubsen. Also, das war es jetzt. Jetzt hören wir auf. In dem Fall, macht es gut, bleibt gesund. Euer Steffen von Retro and Future. Ciao. 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 Vielen Dank.